so aufnahme läuft es geht noch nicht so liebe zuschauer herzlich willkommen wir spielen eine runde battlefield 3 wir haben gestern hier abends diesen link gepostet und wir sind jetzt mal sehr gespannt wer auf den server drauf kommt und mit wir ich habe schon meine 3000 worte verbraucht mit dabei heute ist der tg gott du bist schon wieder mit dabei ja ich bin mal wieder mit dabei unglaublich und ein zuschauer ein spieler ein youtuber zuschauer ist kein zuschauer ist ein youtuber den ich auf der games kommt schon mal zufällig getroffen habe ja fast sagen ich muss mich kurz erschießen entschuldigung grund ist ja noch nicht los ja mega quest hi grüß dich ich bin hier sozusagen das erste mal bei dir ja irgendwie schon irgendwie schon also was wir machen ist ja eigentlich mehr oder weniger schon bekannt wir haben gestern bei facebook mal eben kurz gepostet lass das geh mal weg du hast dich gerade selbst getötet dafür teabag ich dich jetzt erst mal hier ja schön das gesicht geht's gut der mega quest auf der anderen seite hast du irgendwas ja entschuldige bitte das ist ja auch irgendwie gehört das ja mit zu dem spiel hier zusammen natürlich doch klar ja die runde ist ja noch nicht hat ja noch nicht angefangen und da ist es natürlich noch so ein bisschen ich sag mal es hängt gerade unter schwebe was wir hier machen wir versuchen ja einfach nur zuschauer auf diesen server zu locken wir haben das gerade just in time gepostet und bei meinem letzten test hat es circa zwei minuten gedauert bis zuschauer da waren und gleich haben wir so diese interne challenge wer es schafft am meisten von uns an zuschauern mit c4 zu töten was jetzt sicherlich ein bisschen schwierig ist das live aufzunehmen aber wir versuchen es einfach mal und ich sehe gerade die runde geht schon los die runde geht los also zählt jeder kill den wir mit c4 machen und ich werde versuchen dass ich dann ein 1 2 3 4 5 ding sound laufen lassen und da geht es auch schon los so wer ist denn jetzt mit dabei bei dir ist der qpi gamer und bei uns ist der knife master schon mit da drauf wir sind auf jeden fall im vorteil ja wir haben wir haben jetzt hier meinen verbündeten auf der seite das wäre natürlich auch cool wenn wir hatte ich habe gerade was gesehen ich muss mich ja ich habe den ersten ich habe den ersten oder das war der erste kill auch wenn ich gerade dabei drauf gegangen bin nein noch nicht noch nicht aber das kann sich ja alles noch ändern und sinn und zweck dieser ganzen dieser ganzen aktion ist natürlich möglichst viele zuschauer hier mit c4 zu himmel ist ja klar raderon ist ja nicht geklappt der hat mich auch gerade erwischt und diese ganzen und die kurzen spontanen sachen werden wir natürlich immer mal machen wie du da stehst das kann nicht gut gehen leute das geht am besten nicht in battlefield sondern in bad company 2 und da hast du einfach da hast du einfach das c4 das so viel weiter schmeißen kannst und nicht wie hier bei uns jawoll das war der nächste zwei ich habe zwei erwischt drei supernice supernice ja ich habe ein gemesser das zählt zwar nicht aber okay ich habe ich habe ich habe schon drei ich habe schon drei ich habe schon drei und ich lauf hier durch die gegend ich würde ja sagen es läuft super aber das klingt irgendwie ein bisschen komisch das kann das kann sein da bin ich nicht so im thema wie man vorhin gesehen hat bei meinem live stream ich habe es gerade auf einen draufgeschmissen ich bin in der bahn schiene gespawnt und wird sie einfach mal so ein bisschen runter und die haben schon ein bisschen die vorherrschaft da oben übernommen was ich ja wohl ist da vier also ich sag jetzt einfach mal das war ein vier ah das war der nächste fünf es war nack aber ich bin gerade selbst mit draufgegangen so ihr seid ein bisschen hinten dran das muss man ganz klar so sagen ja das ist echt nicht es ist nicht so einfach ne es ist echt nicht einfach vor allem will ich immer das kilometer weit schmeißen und muss nicht hin ja wohl das waren zwei was der hat doch an war ich weiß ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt ja sagen wir sagen wir einfach ich habe sieben selbst wenn ich vielleicht nur sechs habe ja einen habe ich wieder zwei sehr geil okay oder gaming bierster den habe ich mal gesehen bei uns hier also ich würde sagen randgebiete meiden und die eingänge schön vermieden das ist auch so meine technik gerade nein nur hitmarker scheiße jawoll das waren wieder zwei das ist jetzt auch mehr probleme glaube ich so oder wissen wir an der das ist ja ich bin gemessert ich sehe ich und ich spreng in die luft und direkt der nächste zwei oder was jetzt ja das passiert mir natürlich auch hier und das waren die nächsten zwei der nächste war das alles klar läuft hier ja selbst egal also ich kann ja kein glück reden dass der gameplay heute nicht auf dem server mit der würde der jetzt hier mal eben so richtig abräumen ich sehe nicht ich sehe nicht wie es wäre natürlich wenn man jetzt immer noch den den selbstmord wieder vom von der score abziehen würde dann hätte ich glaube ich das machen wir aber nicht nein das machen wir nicht wie in die ecke ja komm mal vorbei hier in der mittel fack auch der gaming bier ist gefährlich wenn du in der mitte nur rumkämpft du musst ja das zeug auch irgendwie auslösen können ja ich sitze direkt davor zu knapp zu knapp zu knapp okay aber ich habe schon 15 kills ja super lass mich einen kill machen wie hast du 15 kills bitte ja ganz einfach du läufst hier rum und wenn du siehst dass einer kommt schmeißt du den c4 hin so wie jetzt gerade und machst einen kill nicht schlecht nicht schlecht ja er läuft super hier gerade also es läuft besser als ich dachte ich muss ich bin ja ganz ehrlich also ich hätte gedacht ich verkackte immer weil jedes mal wenn wir das so intern machen hier mit 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 k ja ah fuck der campermanager ne der geht mir gerade voll auf die eier der ist oben fünfter glückwunsch so ich will jetzt mal in raufung ja wir haben bei uns natürlich schon geübt ist klar ich bin ja quasi nur so genau ich wollte gerade sagen also wenn der wenn der kai mit dabei ist dann spielen wir quasi alle nur so ja das ist natürlich ihr habt so eine art olympiade da drinnen aber mal ziehen hier passiert nix ok ich schmeiß jetzt mal eine granate das zählt natürlich nicht oh fuck you oh der campermanager ich glaube der hat mich schon tausendmal erwischt und ich ne dreimal nur ok tausendmal ja das war der nächste nein das war keiner und das war wieder der nächste nein 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 geil double kill ja sieben das sind die besten ja irgendwie schon aber ganz ehrlich das ist keine schande hier bei uns oder überhaupt ist das auch keine schande fuck you geh weg, geh weg, geh weg jawoll das war der nächste oh ich hab noch einen jetzt bin ich schon bei 5 guck mal hin super nice und wir ziehen drauf ab so leute wenn ihr sowas nicht verpassen wollt hier wie das hier dann solltet ihr meiner kleinen facebook seite folgen weil das ist im prinzip das was wir ab und zu mal machen und das war der nächste kill fuck you geh weg, geh weg, geh weg jawoll der nächste kill entschuldigung ich wollte nicht so quieken ah nein ah korrekt läuft super und ehrlich ich hab jetzt nicht drauf geachtet wie viele tickets der hat aber ich würde sagen wir spielen noch bis zu 200 tickets hoch und dann müssen wir hier müssen wir das hier mal eben beenden weil sonst spielen wir hier noch die ganze zeit jawoll double kill und du hast dann irgendwann deine 100 c4 kills in einer runde ja irgendwie schon also wenn man sieht äh ne noscha kanäle kein problem c4 kills zu machen wenn der server nicht zu groß ist komm weiter hier jawoll nächster kill was ja ja ich hab die hier gerade gesehen nein ihr guckt euch das morgen bitte bei mir an ich guck das mal an und dann wir werden das mal beurteilen das ganze erstmal ah fuck da war ich zu gierig ja ich wollte gerade sagen wenn ihr sowas mal mitmachen wollt dann solltet ihr meiner kleinen facebook seite folgen einfach facebook.com jimpan the gamer oh da ist ein sniper hinten bei den banschienen den hole ich mir den werde ich jetzt weg c4 ist das ein wort weg c4 definitiv definitiv ein wort ja definitiv der sniper hat mich gerade mit seiner shotgun und slug erwischt ok da geh ich hin ja sonst wird das zu peinlich für dich meinst du ja so ist schon sehr peinlich mit meinen 9 zu 20 ja wie ein double kill hier ja Tegi jetzt ziehst du aber nach vorne neun ja nach vorne noch nicht vorne ist anders 10 boah 10 yes zwei kills das ist ja nicht hier was ne scheiße ey vor allem wenn wir den usern vorher bescheid sagen was wir machen dann würde es hier die ganze Zeit nur knallen dann würden wir keine kills mehr machen das stimmt das wäre jetzt für uns okay mega quest wo bist du ich glaube ich hab dich gerade gesehen ich hatte eigentlich gerade eine gute position gehabt nein simony fehlt ach shit zwei konnte ich machen jetzt bin ich bei sieb ich ehrlich gesagt wirklich ich hab aufgehört zu zählen das ist äh das macht keinen Sinn bei dir kann man ja gut nachzählen im video ja und ich habe ja auch ganz viele dings mit eingebaut stimmt alter jawoll das war der nächste ah sehr geil Für so eine Scheiße ist Battlefield 3 einfach nur da. Und einfach nur geil. Und nur die Acht sind. Den Schaffin. Fuck. Wieder Double Kill. Okay. Was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, ist, dass ich sogar noch an zweiter Position bin. Ich meine, hey, okay, ich bin am Anfang der Runde mit dabei gewesen. Jawohl, das war der Nächste. Da oben sitzt du drin oder nicht? Na, droh. Wir sind gerade hier außen. Und das war der Nächste. Nein, ey. Was machst du denn da? Keine Ahnung. Ich habe ja auch mein Privatteam mit dabei, das mich hier permanent revivet. Du hast doch Bescheid gesagt, ne? Natürlich. Ich verarsche mich hier die ganze Zeit. Immer. Wir sind ja alle schon vor. Wo läuft das heute ab? So läuft das hier. Seht ihr? So spielt der Gym. Oh, scheiße, Mann. Scheiße, Mann, scheiße, Mann. So viele Tickets haben wir jetzt schon. 197. Ja, gut. Ihr könnt bestimmen, wie lange wir noch das Spiel nach vorne treiben wollen. Ah, da ist das. Die 10 mache ich doch jetzt noch voll, oder? Ja, locker, locker. Also bis du 10 hast. Okay. So, Mega Quest. Muss noch ein paar Kills machen. Das heißt für mich, ich bin jetzt bei 29 Kills und ich behaupte einfach mal, dass ich den Gro... Ah, shit. Dass ich den Großteil damit mit C4 gemacht habe. Alter. Hammer, ne? Alter, was denn... Auch wenn ich selber dabei draufgehe jedes Mal. Ich würde... Ja, du... Ich würde nett, wie weit von den ganzen Leuten hier. Das ist nett. Ja, das funktioniert erstaunlich gut hier. Bei mir auch. Oh, jetzt knallt es hier öfter. Oh, den muss ich messern. Den muss ich netter messern. Ich muss ihn messern. Ich muss ihn messern. Du wirst teilen. Ich bin nicht gemessert. Geil. Nein! Ach, der Campermanager, Alter. Der sitzt die ganze Zeit oben in diesen Containern oder in den Bahnschienen und schießt da mit seiner Slug-Scheiße rein. Aber er sagt wenigstens, dass der Campermanager ist. Ja. Alter. So, das war der nächste Kill. Ha! So, einen noch. Einen noch. Einen noch. Einen noch. Curry King. Einen noch. Mal gucken, ob ich da noch einen hinkriege. Ach, Mist. Da hat mich der FC Black Oasis 1900 irgendwie mal eben kurz platt gemacht. Ich kriege auch noch einen hin. Okay. Zweiter. Den muss ich einfach messern. Tut mir leid. Zweiter Messerkill. Also müssen wir zwei abziehen bei mir. Alter. Boah, da habe ich mich selbst in die Luft gejagt. Das war, das war aber nicht so witzig. Und ich werde revivet. Dankeschön. Komm hier. Schmeiß eine Kiste. Schmeiß eine Kiste. Ja. Sehr schön. Sehr schön. So, wo kommen sie? Von da vorne. Also schon mal positioniert. Alter, was ist hier los? Wo sind sie? Wo sind sie? Nein, nicht noch einer. Ich glaube, die Hälfte meiner Toren habe ich... Oh, ich werde auch so cool waren. Nein, ich bin schon wieder. Oh, mein. Ah, fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Ah, shit. Boah, ich kriege meinen... Ach so, ich habe schon 30 Kills. Jetzt müssen so weit laufen. Sehr nice. Nein, ich habe sie gespenkt. Nein. Ich gebe alles. Nee, war das eine Art T-Bag? Und was soll das werden, hä? So, Megakurs, wie sieht es aus? Ich hänge bei den Neuen fest. Sieh mich bezweifelt. Aber zum Noten müssen wir es jetzt schon vorabbrechen. Nein, nein, nein. Du machst noch die 10 Kills voll. Und ich versuche hier auch noch einen Kill zu machen. Boah, das ist gerade... Double Kill. Tegi, ey, du ziehst ja richtig ab hier gerade. Guck das mal an. Dieser Moment, wenn man das C4 geschmissen hat, dann stirbt. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Double Kill. Alter, Tegi, was ist los mit dir? Ich werde gemessen. Oh, Mann. Alter, das war gerade so ein schönes Teil. Da hat sich einer zurückgezogen, weil er nicht mehr genug Energie hat. Er wollte sich aufheilen. So, dich kriege ich. Auch geil. Dich kriege ich. Aufheilen. Heilen, achso. Jawohl, und das waren zwei Kills. Ah, supergeil. Supergeil. Ich habe mich... Voll der Blödsinn, ey, aber voll geil. Ja, ich habe den 10. Herzlichen Glückwunsch. Mega Quest. Okay, ihr habt es gehört. Wir machen an dieser Stelle jetzt einen ganz kleinen Cut mit diesen... Wir spielen natürlich noch weiter. Und noch ein Kill. Sollen wir mal eben kurz aufrechnen, wie viele Kills wir haben? Ja, warte, wenn ich schlecht wohl bin, ich... Okay. Einen kriege ich noch, einen kriege ich noch. Okay. Also, ich fasse mal ein... Sag ich ja. So, jetzt. Mega Quest sogar. Okay. Okay, also, ich sehe bei dem TG, der hat 24 Kills. Wenn man da jetzt ein oder zwei abzieht für seine Messerkills, die er gemacht hat, dann sind wir da. Bei dem Mega Quest... Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Da! Ganz unten. Okay, du hast 17 Kills, jetzt hier in der Liste stehen, ja. Und 10 davon waren mit CTM. Und 10 davon waren mit CTM. Okay, bei mir stehen 33 Kills. Und sag mal, wir ziehen mal einfach mal 4 oder 5 ab. Ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste es jetzt nochmal durchzählen. Damit habe ich bewiesen, dass ich mit den beschissensten Waffen auch nicht gut spielen kann. Aber besser als die anderen. Übrigens bin ich jetzt schon bei 11. Herzlichen Glückwunsch. So, ihr findet die Kanäle zu TG und natürlich auch Mega Quest unten in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal vorbei. Sehr interessante Battlefield oder auch andere Kanäle. Zum Beispiel mein TG, der macht so komisches Zeug mit Displays und so. Mega Quest, du bist, glaube ich, ein Battlefield-Kanal. Kannst du sein? Ja, rein Battlefield. Alles mögliche. Hervorragend. Auf jeden Fall mal angucken und sich selbst davon ein Bild machen. Mein Name ist Jim Panse. Mich findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ganz unten. Und ich würde mal sagen, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, guckt ihr euch meine Facebook-Seite nochmal ein bisschen genauer an. Weil da gibt es auch immer mal wieder so lustige kleine Spaßaktionen. Ich bin erstmal aus und sage, ihr beiden habt das letzte Wort und blamiert euch nicht. Geil. Einfach geil. Zu spät. Geil. Okay, dann sage ich auch mal ciao. Nimm mal. Boah, ich beende das jetzt. Du sollst mich nicht klamieren. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. So, wir sind raus. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Ciao.